hier kommt nicht durch kann man den Roboter mitlocken oder sonst das wäre eine Idee aber eigentlich geht das nicht, ich glaube ich konnte den nicht aufnehmen aber ich kann den Porten, 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 nicht im Porten auch nicht ach ich weiß ja man warum denn nicht gleich so so das ist es Mann, 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 ey das war jetzt ja wieder kompliziert ja, ach Gott ach die wollen mich doch verarschen ach ihr könnt mich mal endstirft das kann auch jetzt mal nicht die Lösung sein nein schade eigentlich Blocks sind da auch nicht, oder auch hier hier da ist doch kacke da kann ich so einen Schuss von dem Roboter auch ach macht der was kaputt jetzt ist es aus komm Robert Boy sind doch schon gute Freunde so ich schiesse dir hier nochmal ein Portal an bitte bitte hörst du ganz viel zurück hier freilie so warte einmal ganz kurz so da bin ich wieder zurück, tut mir leid ja dann müssen wir hier mal irgendwie noch durch ich würde es gern schaffen ich würde es gern schaffen also bis jetzt ja der ganze Weg für so ein kleinstück Müll ah oh 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 dieser schweiß Schreibtisch äh äh help me nick ranger ach das wäre diese tolle Tue gewesen für die man ja viel code hat mhmhmhm man kann einlässig porten aber keine codeset do lonten dort n ähm m du bin halt wenige Husten ich hab dich ein bisschen angesteckt deswegen muss ich einfach zum Husten und redet wahrscheinlich noch leiser als sonst hoffentlich nicht aber ähm es kann schon vor so weiter geht so Entschuldigung ich weiß nicht warum diese Ladefehler sind aber dicht wahrscheinlich daran dass das Level einfach sehr lang ist das war doch jetzt ein Witz diese Prüfung naja gut nach der oben soll ich Na gut egal nehmen was das ist aber die abgibt Ui 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 heftig das war keine gute ich muss ja da hoch wahrscheinlich da bleibt mir ja wenig übrig und schluss mal von Schütze ich habe zu stunden ein wie eine Mieter also das Roboter sind nicht der absolute Mega-Fail dieser Firma von und zu plus minus so wie man die anderen Blitz und Platt da sind ja schon noch einige, oder? ich glaube ich glaube ich den Oberstandpunkt so nehmen wir hier nicht runter Schafschützen Na, stirb scheiß so, ich brauche einen besseren Standpunkt also ich bin da hinten da habe ich wenigstens was drauf gesehen naja, geht so ne ist da ein Robot Traum obwohl ich jetzt persönlich sicher hatte hier oben kaputt zu machen, weil ja, habe ich einfach besser schockse, glaube ich so, hier ist sehr schön, dass hier schon mal überall Klappen rüber sind, das heißt also hier geht's auch gleich weiter, ups ah, 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 oh mein Gott bin ich gerade gestorben, nein, das kann nicht sein das kann nicht sein ich bin tot nein, man so so rein da oh, das ist die ganzen Kram nochmal machen, ey ich kann Wurzeln ich bin jetzt gerade gestorben sondern für wundering ein Kriller auch hier also sein in den Hängebrot, ich würd's gar nicht wissen. Im Schützengaben hab ich überlebt, das ist schon eine Herausforderung geschafft. Ach geil, durch die Hand geschossen. So, jetzt geht alles sterben, ich will hier ein echtes Level-Shot. Das ist noch auf die Zukunft. Ist ja noch unklar. So sind hier noch welche, der da oben noch. Central Robot. Was ist das, das müsst ihr euch hier einfach unterwerfen? So, muss ich da landen? Ich hab's kapiert. Scheiße. Warum hab ich das nicht eben gemacht? Mann, Mann, Mann. Äh, muss ich da nach Blau schießen? Okay, das war schon mal nix. So, wo soll ich denn hin? Da hoch. So, wo soll ich dich Speed haben. Das schaffen wir jetzt endlich. Hä? Hä? Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Keine Ahnung wie, aber... Naja, egal. Ist ja scheißig. Ah! So, das hätten wir. So. So. Das hätten wir. um ich weiß da fähig nur einmal damit nicht im arsch wo jeder ich ersprung schien und ja alles fähigte in einem blauen spurt ohne blauen spurt dorn habe ich auch schon ausgewählt wunderbar es ist die sie den funkel so wo sie war der passend das eigentlich für ein gigantisches Haus bitte warum ist es so abgefuckt hässlich das ist nicht der erste da muss jetzt aber nicht hoch mein gott ich will gar nicht wissen heimovic die von mir das sieht schon so böse aus so ich bin sowieso alter what the fuck das sieht auch mal ausgängig aus na gut gehen wir einfach mal freundlich und nichts denkend als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, Butter, Sandwich was weiß ich oh mein Gott oh mein Gott ich bin sowieso ich bin sowieso ich bin sowieso ich bin sowieso Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war das Ding. Ah, du blöder Computer, was war denn der Scheiß? Ich verbrenne mich einfach nur einzeln. Tschüss. Ups. So, damit wir diesmal auch gerade treffen. Halt dich vorbei. Bam. Was ist da oben? Was verfegt? So. Und da oben. Wird sein? Sicher. Ah, da bin ich total. So, da bin ich okay. Ui, das ist nicht geklappt. Aber fast, da bin ich schön. Und da bin ich total schwarze Erbnis. Oh mein Gott, die Zeit, bin ich ab. Prozent Prozent das soll ich behalten anhalten die Musik dreimal treffen alle guten Dinge sind der drei bekanntermaßen so na so kommende Verletzung nicht da ja 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 nein das kann nicht wo auch was in der Luft durch die Fahnen der von diesem Modus oder was so was er verletzt äh scheiße man die Zeit läuft ab so auch die Schlauertaktik alles gekoppelt die die Sterben die die wo 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 natürlich alter ja aufzeichen weiter die 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 Tatsache muss hier so ich glaube an dieser Stelle beende ich dann mein erstes Let's 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 2D eine Verspieler verkauft es was genau war Let's L 2 dieser freundlich aus der Welt bin ich tot Ich glaube schon scheiße es ich glaub schon scheiße es oh Mann Le das wieder an auch den Todesstern hier haben zu nehmen wenn das war dann sein Kumpel aber jedenfalls da fliegt er auch durch Kreuz und quer durch episch im Moment Star Wars 6 der Kuchen und der Loverblock oh mein Gott locker neue Roboter ja 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 was für ein Triumph ich notiere mir das denn wir können es so die etwas für ein Scheiß okay so ich beende glaube ich an dieser Stelle die Aufnahme weil das soll glaube ich nur der Abspann sein oder ja gut vielen Dank fürs Zusehen und ja immer gerne Kommentare geben und sonst abonniert uns tschüss und dann